Hallo ihr Lieben, heute reden wir über den Konjunktiv 2 und ich möchte euch beibringen, wie man über Wünsche redet. Also wenn ihr euch wünscht, dass etwas anders wäre oder wenn ihr euch wünscht, dass ihr etwas könntet, dann müsst ihr den Konjunktiv 2 benutzen. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich wünschte, ich könnte fliegen. I wish I could fly. We have the verb wünschte, which is used in Konjunktiv 2 and we have the modal verb könnte, which is also used in Konjunktiv 2. We use Konjunktiv 2 when we talk about wishes or something that's not real. So if you wish for something to be true, you would use Konjunktiv 2. Ich wünschte, ich könnte zaubern. I wish I could do magic. Ich wünschte, ich könnte zaubern. Ich wünschte, er könnte mich besuchen. I wish he could visit me. Ich wünschte, er könnte mich besuchen. Man kann natürlich auch sagen, ich wünschte, er würde mich besuchen. Ich wünschte, er würde mich besuchen. Wir wünschten, ihr würdet eure Meinung ändern. We wish you guys would change your mind. Wir wünschten, ihr würdet eure Meinung ändern. Sabine wünschte, ihr Freund würde weniger Alkohol trinken. Sabine wünschte, ihr Freund würde weniger Alkohol trinken. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. I wish you were here now. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Ich wünschte, du hättest ihn nicht eingeladen. I wish you hadn't invited him. Ich wünschte, du hättest ihn nicht eingeladen. Ich wünschte, ich hätte diesen Fehler nicht gemacht. I wish I hadn't made that mistake. Ich wünschte, ich hätte diesen Fehler nicht gemacht. Ich wünschte, der Pool wäre schon geöffnet. Ich wünschte, der Pool wäre schon geöffnet. Ich wünschte, du würdest näher wohnen. I wish you lived closer. Ich wünschte, du würdest näher wohnen. Ich wünschte, die Musik wäre besser. I wish the music were better. Ich wünschte, die Musik wäre besser. Ich wünschte, es wäre Sommer. I wish it were summer. Ich wünschte, es wäre Sommer. Meine Eltern wünschten, ich würde nicht so weit weg wohnen. My parents wish I didn't live so far away. Meine Eltern wünschten, ich würde nicht so weit weg wohnen. Janina wünschte, sie hätte keine gesundheitlichen Probleme. Janina wishes she didn't have any health problems. Janina wünschte, sie hätte keine gesundheitlichen Probleme. Ich wünschte, du hättest mir das eher gesagt. I wish you had told me sooner. Ich wünschte, du hättest mir das eher gesagt. Ich wünschte, sie wäre nicht so stur. I wish you weren't that stubborn. Ich wünschte, sie wäre nicht so stur. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. I wish I could turn back time. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich wünschte, ich wäre früher losgefahren. I wish I had left sooner. Ich wünschte, ich wäre früher losgefahren. Ich wünschte, wir wären in ein anderes Restaurant gegangen. I wish we had gone to a different restaurant. Ich wünschte, wir wären in ein anderes Restaurant gegangen. Ich wünschte, er würde nicht so laut schnarchen. I wish he wouldn't snore that loud. Ich wünschte, er würde nicht so laut schnarchen. Ich wünschte, ich wäre früher aufgestanden. I wish I had gotten up sooner. Ich wünschte, ich wäre früher aufgestanden. Ich wünschte, ich hätte ihnen die Tür nicht aufgemacht. I wish I hadn't opened the door for them. Ich wünschte, ich hätte ihnen die Tür nicht aufgemacht. Wir wünschten, es würde schneien. We wish it would snow. Wir wünschten, es würde schneien. Ich wünschte, ich hätte mich wärmer angezogen. I wish I had put on something warmer. Ich wünschte, ich hätte mich wärmer angezogen. Ich wünschte, sie wäre länger geblieben. I wish she had stayed longer. Ich wünschte, sie wäre länger geblieben. Ich wünschte, sie wäre nicht so traurig. I wish she weren't this sad. Ich wünschte, sie wäre nicht so traurig. So, jetzt könnt ihr über eure Wünsche reden und dabei den Konjunktiv 2 benutzen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!